Guten Tag, hier ist wieder euer Omni mit Heroes of Might and Magic 3 diesmal. Wir spielen ein Szenario und zwar Around the Bay. Hatten sich auch einige gewünscht und bis zum Millennium bin ich da eigentlich relativ offen. Von daher dachte ich, lade ich einfach mal ein paar Runden dazu hoch. Wir haben vier Spieler und eine mittlere Map, damit das nicht zu lang dauert. Und wir wollen uns vor allen Dingen die neue Fraktion mal anschauen von Hota. Und zwar die Factory. Ich würde euch ja so gerne zeigen, was die Helden können, aber dieser Fehler ist manchmal da drin, dass ich meine Helden jetzt nicht mehr im Komplettbild anschauen kann. Keine Ahnung, wie ich das lösen kann. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Es sei jetzt rum, die Besonderheit ist, Factory hat acht Einheiten zu rekrutieren. Im Gegensatz zu allen anderen Fraktionen, die haben nur sieben Einheiten. Wir haben mechanische Einheiten dabei, die von der Mechanikerin geheilt werden können. Zwei Fernkämpfer, Halbling und den Ganslinger. Auch relativ Standard das Ganze. Der Ganslinger hat allerdings eine Fähigkeit, dass er so auf Fernkampfangriff mit einem vorherigen Angriff reagieren kann, was sehr stark ist. Und wir haben unsere schnelle Einheitenden, den Quartel. Und der Sandwurm kann sich auch im Kampffeld drunter buddeln. Dann zum Szenario. Erstmal nehmen wir Tankrit, kann ich auch noch sagen. Tankrit ist halt spezialisiert auf Ganslinger und hat schon Advanced Archery, also viel mehr Schaden für Fernkämpfer, was am Anfang ganz okay helfen sollte. Ich habe jetzt einfach Lust auf ihn. Warum nicht? Und wichtig ist nur, wenn jetzt dieses Szenario, ich habe es ja schon mal getestet, um zu sehen, klappt alles und so weiter, kann einen ziemlich in den Hintern kneifen. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall mal aufpassen. Und kann auch sein, dass ich mal resetten muss, dann schneide ich einfach raus. Generell schneide ich auch nach den ersten paar Kämpfen den Start, gucken wir uns an. Aber danach werde ich auch schneiden natürlich, bis es dann wirklich zu den Hochkämpfen oder den krassen Kämpfen kommt. Wie immer will ich das Ganze nicht zu ausufert machen, weil es sich einfach nicht lohnt, da jetzt wirklich jeden Schritt mit aufzunehmen. Ja, wir gehen auf jeden Fall rein. Haben dann irgendwie so einen Flufftext, interessiert uns nicht wirklich. Und hier oben ist schon mal wichtig, dass ihr kein Fernkämpfer steht, das ist schon mal gut. Diese Kiste hier oben kann aber auch kein Gold enthalten, sondern ein Gegenstand, habe ich auch schon schmerzlich erfahren. Das ist ziemlich ärgerlich, weil das nämlich für einen Start, wo man halt kaum Gold hat, sehr, sehr schwer ist. Dann haben wir natürlich auch eine Stadt, die hat gar nichts gebaut, also wirklich nichts. Ihr habt hier nichts gebaut. Nur mal habt ihr die ersten zwei Gebäude schon mal da, auch auf Impossible, wenn ihr eine Random Map spielt, habt ihr hier nicht. Ihr habt nur die Taverne fertig. Das heißt, wir zielen natürlich erstmal darauf ab, hier noch einen zweiten Helden zu holen, ein bisschen mehr Brief zu kriegen und halt auch hier die Ressourcen einzusammeln. Haben wir jetzt schon mal hier wieder Schäfe liegen, brauchen wir nicht so sehr. Was wir bräuchten, wären Edelsteine und Kristalle. Auch da variiert die Map stark. Das heißt, wenn man Glück hat, könnte man natürlich relativ gut hier durchpushen. Und Pech hat nicht. Ihr seht nämlich, wir brauchen hier Edelsteine und Kristalle. Da kriegen wir die Sandwürmer her, die fand ich beim Durchspielen sehr gut. Ich habe es aber jetzt auch noch nicht oft gespielt, die Fraktion. Einmal, glaube ich, ja, ein bisschen halt rumgebastelt, aber mehr auch nicht. Und ja, dafür bräuchten wir halt die ersten Ressourcen. Der Rest hier oben ist alles Standard-Ressource. Klar, Halblinge wollen wir mitnehmen bei Fernkampf. Der Rest hat jetzt nicht so eine hohe Priorität, wie ich jetzt finde, wie das hier. Und natürlich, der Watch-Dauer wäre natürlich auch super. Da brauchen wir tatsächlich aber eben auch ein Foundry, also hier das, und die Manufactory. Das heißt, das ist fast unmöglich. Und ein Blacksmith, was ich nicht unbedingt als Priorität sehe. Da bräuchten wir schon viel zu viel Gebäude, um das zu schaffen. Ansonsten, Town Hall würde ganz effektiv sein, damit wir mehr Geld kriegen. Wir haben auch hier die Bank als besonderes Gebäude. Da könnt ihr 2500 Gold leihen und müsst dann wohl jeden Tag 500 zurückzahlen, fünf Tage lang. Was ich eine ziemlich coole Mechanik finde, weil damit könnt ihr schon irgendwie paar Ressourcenengpässe und so weiter umgehen. Also vor allem Goldengpässe. Egal, quatschen, quatschen. Wir müssen nicht viel tun, wir müssen nur daran denken, die hier zu splitten. Und dann können wir eigentlich auch schon rüber gehen und die einmal umhauen. So, gucken, ob wir auch richtig stehen. Das werde ich ja gleich wieder sehen. Das Problem ist, die sind natürlich sauschnell. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, dass wir die irgendwie ablenken können. Können wir am besten machen, indem wir hier zum Beispiel die... Na gut, die da oben wird das große Problem sein, ne? Nehmen wir die hier schon mal ein bisschen... Ja, super, da bringt mir gar nichts. Nehmen wir die schon mal ein bisschen verteilen. Die sind auf jeden Fall viel schneller als unsere Einheiten. Da müssen wir immer dran denken. Deswegen werden die... Die können direkt auch warten dann als KI. Das ist ein bisschen ätzend. Das heißt, wir können da jetzt auch nicht gegen tun, dass wir hier Verluste erleiden. Aber wir wollen halt keine Halblinge verlieren. Das ist eigentlich das einzige Wichtige. Der Rest interessiert uns gar nicht. So, und ja, das war's dann. Freie Mechanikerinnen nicht zu vermeiden. Es gibt bessere, die man haben kann. Aber wir haben zumindest das Gold hier. Das ist das Allerwichtigste. Dann können wir nicht direkt den zweiten Helden holen. Das ist uns relativ egal, was das für einer ist. Wir wollen einfach erstmal die Einheiten haben davon. Und natürlich den ganzen Kram hier einsammeln. Das wäre auch schon mal wichtig. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben. Holen wir uns das Erz. Ich glaube, wir holen uns das Erz auch. Das lassen wir noch kurz. Geben mit ihm auch die Kiste holen, damit wir das Gold da rausholen. Und nehmen das Holz. So, jetzt können wir nämlich schon mal gucken, was wir bauen können. Wir können die Halblinge bauen. Ganz okay. Bank wäre halt cool, weil wir dann nächste Runde halt direkt Townhold so oder so bauen können. Wir werden jetzt hier kein Gold mehr kriegen. Hier ist direkt schon wieder Fernkampf, was sehr ärgerlich ist. Ich glaube, das kann auch nur Ressourcen haben. Hier links sehen wir so Zelte. Also ein Level-Up-Baum brauchen wir auch erstmal nicht. Kümmern uns nicht weiter. Wir wollen natürlich gerne diese Erzgrube haben und das Feuer da, das Campfire. Das wäre natürlich sehr sinnvoll. Egal, wir geben erstmal unsere Einheiten ab, damit ich das nicht vergesse. Ich kenne mich nämlich, ich vergesse sowas sehr gerne. Deswegen bin ich auch nicht der größte Pro, weil ich ein sehr schusseliger Mensch bin. Aber gut, notfalls kann ich auch mal neu laden, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, da wird mich jetzt keiner verprügeln. Aber muss ja nicht unbedingt sein, wenn es nicht wirklich Not tut. Ja, Gox, ne? Ist halt schon ein bisschen nervig. Die Sklette, ich meine, da müssen wir 1.000 Gold bezahlen. Haben wir momentan auch nicht. Wir bauen tatsächlich die Bank, auch wenn die natürlich 5 Erz kostet, um uns diese Ressourcen direkt zu holen. Dann können wir nächste Runde nämlich nochmal loslegen. Wir können natürlich jetzt auch sagen, wir holen noch einen Helden. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Also ich glaube eher nicht, weil wir dann nächste Runde nichts bauen können. Oder noch mehr Armee. Also wir könnten hier noch die Piraten holen, was eigentlich gar nicht schlecht ist. Na komm, machen wir einfach. Geben wir hier die Armee rein, dann müsste er auch ordentlich Stärke haben. So. Gehen wir da drüber. Dann kannst du die Piraten haben. Und du kannst dann nochmal die abgeben. Dann kannst du hier schon mal sammeln. Achso, das ist auch bewacht. Okay. Hab ich auch noch nicht gesehen. Also bei der Map hier nicht gesehen, dass das bewacht ist. Ich glaube generell auch noch nicht. Aber bei der Map auf jeden Fall auch nicht. Und dann würden wir ja Gox oder nicht Gox. Ich glaube, jetzt können wir die Gox eigentlich angehen. Wir werden natürlich viel verlieren. Also da können wir auch nichts dran machen. Aber ja. Uff. Tata. Okay. Das ist schon extrem. Aber ich glaube, viel machen können wir da auch nicht gegen. Ja. Wir werden natürlich einfach immer unsere armen. Die hier angreifen. Wir können hier zwei bis fünf töten. Machen wir natürlich. Also die Nymphen sind uns komplett egal. Die können ruhig geopfert werden. Das ist kein Problem. Problem ist halt, dass der so schnell ist. Ah. Okay. Das ist gut. Er hat das AOE-Feld genommen. Sehr gut. Er macht nämlich AOE-Schaden. Kann ich mit leben, ehrlich gesagt. Wenn er da so weiterhin vorgeht, ist das vollkommen in Ordnung. Da ist die Frage. Jetzt lieber den Schaden vermeiden. Und ja, ich glaube, der wird wieder AOE-Fähigkeiten benutzt. Also okay. Ja. Sehr gut. Okay. Gut. Das war es dann eigentlich. Wenn er jetzt noch ein bisschen... Ja. Haben wir jetzt natürlich trotzdem viel Verluste. Wir brauchen nicht darüber zu reden. Aber haben die Mine freigeschaltet. Was das mit das Wichtigste ist. Kann aber unser anderer Held machen. Dann gehen wir hier schon mal weiter hier um. Oder will ich nach hier unten gehen? Ich glaube nicht. Geld braucht man momentan ja nicht. Von daher klicken wir weiter. Denkt an, das Spiel ist alt. Das heißt, es ist gnadenlos darin, euch Sachen vorzugeben oder nicht. Wenn man daran denkt, dass es kein Spiel, was sehr freundlich ist. Gehen wir uns mal unten hin. Da ist nachher noch ein Lagerfeuer. Mein Feuerwerk, wollte ich irgendwie sagen. Die Goblins können wir natürlich auch weghauen. Das ist jetzt kein Problem. Wir kommen hier nicht weiter durch. Wasser sind natürlich auch noch eingeschätzt. Aber da müssten wir erstmal hinkommen. Können wir jetzt so nicht leisten. Gut. Dann würden wir jetzt tatsächlich Townhall anstreben. Da waren wir noch 700 Gold. Das heißt, ich würde mit dir da hier oben gehen. 600 Gold. 100 Gold fehlen uns. Da oben sehe ich auf jeden Fall noch Gold. Gold, aber von 10 bis 19 Dämonen bewacht. Natürlich. Ich meine, das sind jetzt nicht die stärksten Einheiten. Aber jetzt auch nicht die absoluten Nubbeleinheiten. Oder oben die Gold. Also wir können die Dämonen bestimmt packen. Aber das ist natürlich viel Verlust, was wir nehmen. Aber ich bräuchte diese Truhe halt. Und ich weiß halt nicht. Also wir können natürlich auch hier hingehen und die Sicherung nehmen. Aber ich meine, so eine Kristallmine wäre auch nicht schlecht. Hier oben ist die Holzhütte. Da stand aber auch meistens immer was sehr Unangenehmes vor. Das ist auch nicht so gut. Ich weiß nicht, anders. Also wir können dann wieder da hingehen oder das. Aber wir werden natürlich Verluste haben. Definitiv. Na komm, nehmen wir Notfalls. Notfalls. Weiß ich nicht. Was machen wir Notfalls? Eigentlich relativ egal. Die lassen wir erstmal warten. Mal warten. Gucken wir erstmal, was die anderen tun. Wir können jetzt nicht viel Schaden machen. Aber gut. Wir nehmen natürlich das obere Ding und hoffen, dass wir übrigens Eigenkill machen. Mit der werden wir auch einfach erstmal hier stehen bleiben. Die ist recht schnell. Da können wir eigentlich gut ausweichen. Mit den Piraten müssen wir mit den Schüssen warten. Der hat nämlich nicht so viele. Ich glaube, der hat nur wie viele mit der? Vier hat der. Ja, immer vier sind okay. Aber ja. Lassen wir erstmal warten und gucken, was die sich so... Ah, sehr gut. Das ist natürlich super cool. Tatsächlich. Und wir können jetzt mit Piraten einmal hier gegen schießen. Mit ihr können wir tatsächlich nochmal ganz ausweichen. Der ist nämlich jetzt wirklich gebunden. Dann binden wir die beiden mit denen hier. Und ja, dann soll es eigentlich schon gewonnen sein. Tatsächlich. Aber hier können wir gar keinen Schaden in die machen. Dämonen halten schon ein bisschen was aus. Können die jetzt auch nochmal zurücklocken. Bringt aber jetzt nicht so viel, die nochmal viel weiter zurück zu locken, weil die dann wieder außerhalb der Kernschuss-Reichweite sind. Von daher. Schade, ich hatte gehofft, dass die vielleicht nicht gekillt kriegen. Ja gut, ich meine, aber jetzt haben wir einfach gewonnen. Also das ist jetzt... Egal, brauche ich jetzt glaube ich gar nicht mehr zu zeigen. Ja, das war das Ergebnis. Mindestens zwei Mechanikerinnen kann man mit leben. Basic Scouting ist natürlich... Nein. Also ich hoffe, dass wir danach was Besseres kriegen. Sonst werde ich ein bisschen nervös. Können wir da oben. Manufactory. Da können wir diese Automaten holen. Und hier ist ein Nest. Das heißt, hier ist nämlich eine Stadt. Und diese Stadt wird dann Biest sein. Ne, ist das Biest nicht? Das Cove, ne? Bin ich gar nicht mehr selber, gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, die flaggen wir sogar mit unseren Haupthelden. Also mit unserer Armee. Machen wir das. Oder gehen wir schon mal nach hier unten. Ich glaube, es wäre sinnvoll nach hier unten zu gehen. Und das hier zu clear. Das können die anderen Helden machen. Immer daran denken, ihr müsst die Sachen effizient anwenden. Ich bin ganz sicher hier kein Pro, ne? Nochmal, also, dass ihr das denkt. Aber, ähm... Es ist halt wichtig, dass ihr wirklich guckt, dass ihr die Helden immer so nutzt. Dass ihr die Bewegungspunkte relativ gut, ne? Ist nicht immer perfekt, aber relativ gut einsetzt. Ich denke, der geht nach da oben. Obwohl, der wäre nicht schlecht, um hier hinzugehen. Also ich hatte, meine ich, nämlich so den Fall, äh, im Kopf noch, als ich das probiert hatte, dass diese Truhe auch ohne Kampf zu nehmen ist. Weil die steht ja hier so komisch. Also ihr könnt die von hier oben eigentlich nehmen. Von daher will ich die Punkte auch nicht ausgeben. Dann gehen wir hier erstmal mit ihr hier hin. Und bewegen uns dann hier in die Richtung. Okay. Hier haben wir Vampire. Neue Marodeur. Keine Fernkämpfer sind immer ganz wichtig. Ja gut, hier sind Fernkämpfer. Ich weiß auch nicht massiv viele. Hier wäre die, äh, Stadt. Fort Evendor. Also Cove, wie ich mir gedacht hatte. Ich hatte jetzt Nest erstmal an diese Thunderbirds, glaube ich. Die werden auch, glaube ich, viel zu stark, als dass man die hier kriegen würde. Ja, wie gesagt, Halflinge, Boat und Ranch. Also die Halflinge, Boat müssen wir eh bauen. Also würde ich sagen, machen wir das auch einfach mal. Kommen wir nicht drumherum. Äh, ja, die können jetzt fliehen. Machen wir natürlich nicht, weil wir wollen die Erfahrung haben. Hier kriegt ihr immer einmal Angriff dazu. Warum nicht? Ja, und jetzt meine ich, genau, kann man hier so hin. Kann aber jetzt erstmal eher hier machen. Die Sachen einsammeln. Da ist auch noch eine Truhe. Okay, das ist natürlich super cool. Ja, sehr gut. Okay, jetzt blockiere ich mir zwar komplett den Weg, aber ja, die Gox will ich eh nicht töten. So viel Elementals ist jetzt auch irgendwie nicht so cool. Vielleicht kliere ich dann erstmal hier unten, um da ein bisschen Platz zu haben. Ja, und hier oben haben wir 100 Tentaurn. Ja, das ist genau das. Die ist immer auf 100. Ich weiß nicht, warum, weil es hier so als so wertvoll gespielt wird. Aber gut, ist halt so. Dann haben wir noch den Ring, den dürfen wir auch nicht vergessen. Ich glaube, wir machen erstmal hier, obwohl die kriegen wir nicht tot. Das ist halt Fernkampferinnen auf hoher Stufe. Das wird nix. Ja, im Prinzip dann eigentlich relativ Wurst. Ich würde sagen, wir haben jetzt Geld. Na, nicht viel, aber ich gebe hier unten die Skelette, mal bekämpfen, gucken wir, was da hinterher noch ist. Ja, nehmen wir mit, ne? Und würden dann einmal hier dahingehen kämpfen. Auch da natürlich müssen wir eigentlich viel besser machen und die Helden mehr als so ein Konvoi benutzen. Da bin ich jetzt auch nicht mehr so der Profi drin. Ist aber, glaube ich, auch erstmal jetzt nicht so schlimm. Wenn wohl, werden wir es ja sehen. Dann habt ihr die Lektion gelernt. Hier ist eine Goldmine. Ein paar Giganten oder Giants. Riesen sind davor. Hier sind viele Erd- und Metall. Die werden wir nicht so schnell kaputt kriegen. Das sieht zwar nicht so schwer aus, ist aber tatsächlich schwerer, als man denkt. Hier können wir uns schon Atomentons holen. Das kostet uns allerdings einiges an unser Geld. Wichtig ist, wenn ihr die gefleckt, kriegt ihr trotzdem pro Woche auch noch ein bisschen mehr. Oh, hier ist noch. Noch einige Truhe, die wir mitnehmen können. Das ist natürlich sehr gut. Das hier ist auch immer gleich. Wineyard ist immer, diese Türen-Rekrutierung kann man immer wohl kriegen. Die Ranch. Dafür brauchen wir... Ah, jetzt brauchen wir Holz, ey. Das ist ja echt unfassbar. Ja, und Holz kriegen wir halt nur hier, ne? Ja, oder hier unten. Vielleicht hätte ich doch da hingehen sollen. Der wird natürlich jetzt keinen Schaden nehmen. Ist ja klar. Weil auch das jetzt ist noch ein letztes Mal, das zeige ich nochmal. Aber ganz ehrlich, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu kämpfen oder zu zeigen. Das ist tatsächlich immer dasselbe jetzt. Auch wenn ich jetzt wieder nicht gesplittet habe, was nämlich dumm ist. Trotzdem. Absolut nichts, was man jetzt so massiv nochmal zeigen müsste. Ihr seht, das ist einfach dasselbe Prinzip, ne? Wir versuchen die halt irgendwie zu baiten mit irgendwelchen Einheiten. Und dann geben wir halt einfach so lang ab, bis wir die einigermaßen gut tot bekommen. Und dann hauen wir einfach hier ab. Und dann haben wir schon die nächste Runde und sind fertig. Ganz easy. Deswegen werde ich sowas nicht nochmal zeigen. Das kann auch Goldholz enthalten. Ja, okay. Halleluja. Aber schweiger. Denn das wäre sonst echt übel geworden. Danach brauchen wir aber nochmal ein Holz. Ja, und halt, ja, Kristalle kriegen wir, aber Edelsteine nicht, ne? Wir haben keine Edelsteine. Wir haben keine Edelsteine. Soll ich trotzdem die Ranch bauen oder dann lieber auf den Marktplatz gehen? Ja gut, aber ich muss ja, wenn ich da hin will, muss ich eine Ranch haben. Also bauen wir die Ranch. Ob das Sinn ergibt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir könnten jetzt mit ihm hier rumlaufen und mal gucken, ob wir irgendwo noch einen Edelstein bekommen. Wir laufen jetzt in die beide Richtungen hier, also mit beiden in diese Richtung und schauen, dass wir da noch irgendwas bekommen. Ein Gold haben wir ja auf jeden Fall genug hier rumliegen. Das ist schon mal nicht schlecht. Das Schwefel musst du jetzt auch nochmal aufnehmen. Viel zu viel Schwefel. Das ist tatsächlich irgendwie, ich habe ja, wie gesagt, einmal ein bisschen angefangen. Das war genau dasselbe. Also wirklich kein Unterschied dazu. Das war auch genau dasselbe. Ich weiß nicht, wie stark Air Elemental das nochmal sind. Das ist, glaube ich, nicht übermäßig stark. Schwierig. Ich glaube, ich würde dann erstmal hier das freischalten. Das sind ja nicht so viele, meine ich. Können wir einfach mal machen. Ja, da können wir nichts gegen machen. Das sind halt einfach Fernkämpfer. Und dieses Auge ist deswegen sinnvoll. Luck and Moral. Ja, das ist gut. Mit Moral und Glück. Was ich gerade nicht aussprechen kann. Moral. Ihr wisst, was es auf Deutsch bedeutet. Hier haben wir nochmal die Einsatztex raus, bevor ich sie vergesse. Und nochmal die nächste Runde. Und jetzt, wie gesagt, Ziel wäre, zwei Edelsteine zu bekommen. Schwierig. Aber noch ein paar Tage Zeit. So ist es nicht. Hier haben wir übrigens so einen Imp-Catch. Da sind natürlich ziemlich viele wahrscheinlich drin. Kann ja schon mal gucken gehen. Ja, das ist natürlich wirklich viel. Das werden wir jetzt nicht mit der Armee schaffen, die wir haben. Hier oben ist ein Edelstein. Dingens. Eine Edelstein-Mine. Aber auch das schwierig. Gehen wir jetzt mal das Gold holen. Ja, leider ist er nicht mehr. Dann haben wir einen Obelisken. Ja, das sieht uns erstmal relativ wenig. Und das ist auch eine Schwierfe-Mine. Also wir haben ja alle Minen. Wir haben Gold-Minen. Das ist schon krass, was wir hier bekommen. Komm, Edelsteine. Bei Holz. Ja, okay. Es ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Und hier haben wir eine Nekopole. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Aber Estate können wir mit Vampire mischen. Weil da hatte ich letztes Mal, als ich hochgelaufen bin, hatte ich tatsächlich Factory bekommen. Weil das jetzt auch nicht immer das Beste ist, immer nur dasselbe zu haben. So ist es jetzt nicht. Also Citadel können wir uns noch leisten. Da halten wir auch immer für die Katakombe genug. Können auch die Foundry bauen. Dann hätten wir aber nicht mehr genug. Das heißt, Holz wäre natürlich das, was uns so ein bisschen limitiert. Blacksmith ist auch Holz. Markplatz ist Holz. Ja gut, Penn können wir immer bauen. Dann bauen wir jetzt erstmal die Zitadelle. Gibt es mal ein paar Einheiten mehr pro Woche. Was ziemlich gut ist. Wir würden da jetzt auch einmal hier reingehen kurz. Ich weiß, auch ein bisschen wasted. Aber damit wir uns hier mal ein bisschen Nachschub holen. Und dann gehen wir hier unten dann die Elementare an. Ich denke nämlich, dass die Elementare schwächer sind als 100 Centauren. Aber... Das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist halt wirklich das, was ich ja schon mal meinte in dem Video. Es ist halt schon eine Kunst, sich alle Sachen zu merken. Macht ja auch irgendwie Spaß, dass man da immer was Neues entdecken kann. Aber wenn man hier so spielt, will man ja irgendwie das Beste geben. Aber dann denkt man sich, ja, was kann die noch mal die Einheit? Ich weiß nicht mehr genau. Wir haben noch eine Kristallmine. Wow. Oder Edelsteinmine. Das ist natürlich echt extrem. Und hier geht es mal nach hier. Da kann auch, glaube ich, Edelstein drin sein. Natürlich auch ideal. Ja, Satüre brauchen wir halt nicht. Ich meine, die könnten wir gut als Futter benutzen tatsächlich. Aber nicht gegen 100 Centauren. Das nicht. Hier, das können wir... Das ist übrigens eine sehr gute Sache. Ich meine, das ist für unseren Helden perfekt. Wenn wir die umbringen können, das sind auch nicht viele Vampire. Das ist immer ein ziemlicher Vorteil. Die Erfahrung hätte ich noch mitnehmen sollen. Ja, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir... Aber das sind 20 bis 49. Aber wir würden jetzt nächste Woche spätestens probieren, diese Städte einzunehmen. Dass wir hier auch Vampire bauen können. Mit Estate nebenan. Das ist ja wirklich krass. Da können wir richtig die Vampire pushen. Die ja noch immer sehr stark sind. Nicht ganz so immer, wie sie ohne Hooter sind. Und die werden auch gerne gefokust. Also ich meine, jeder normale mit einem Verstand, auch KI, mit einem Verstand Fokus natürlich Vampire, weil die extrem nerven. Aber gut, das würde trotzdem helfen, wenn wir die Vampire haben, als her dickes Beef. Weil wir werden diese ersten Einheiten der Factory hier, die sind halt, also gerade hier, die Mechanics und diese Amadillos sind jetzt nicht so super stark. Oder sagen wir mal so, wenn wir Alternativen haben, will man sie nicht als Kampfeinheit haben. Okay, das ist das. Kriege ich das besser hin? Ich weiß nicht, das sind natürlich Wasser. Duftelementare, das heißt natürlich, die sind sauschnell. Da kann man ja schon mal von ausgehen. Aber wir können schon mal Schaden machen, was nicht schlecht ist. Er kann natürlich direkt hochgehen. Also der kann da überhaupt nicht, der kann überhaupt nichts da verhindern. Ja, du kannst dich verteidigen. Du kannst einmal schießen. Okay, das ist natürlich okay. Das ist natürlich sehr gut mit Lack. Also wir probieren können, den wieder unten zu locken. Nee, okay. Ja, aber habe ich ja schon mal gesagt, natürlich ist es traurig oder so, weiß ich auch nicht. Aber an sich interessieren uns die Viecher jetzt nicht wirklich. Und dann ist es vorbei. Okay, sechs Dinger. Ja, perfekt. Also genauso, wie wir es haben wollten. Wenn wir das Volk natürlich direkt mitnehmen, werden wir immer Gold nehmen, nicht drauf reinfallen und denken, okay, jetzt brauche ich keine, jetzt kann ich Erfahrung nehmen. Und wichtig sind halt diese Dinger hier, die geben euch ja wirklich dauerhaften Buff. Weiß nicht, ob ich noch gar nicht gucke, was hier ist. Na ja. Guck mal, weil hier irgendwie kann man da vorbei. Nee, kann man nicht. Dann gehen wir mal nach hier oben. Ja, mehr ist hier erstmal nicht. Frage ist, was natürlich hier hinten noch ist und oben. Ja, wir können jetzt schon die Castle bauen, aber halt nicht die Katakomben. Wir können einen Marktplatz bauen, hätten dann noch genug und könnten dann nächste Runde Katakomben vielleicht noch erkaufen, wobei es extrem teuer ist. Also gerade die Gegenstände sind massiv teuer. Hier brauchen wir sowohl Faulen als auch, das können wir vergessen. Ja, das können wir auch vergessen. Watchtower ist auch unmöglich diese Woche leider. Also wäre natürlich super cool, den als erstes zu haben, weil wir da ja einen Fokus drauf haben. Wir nehmen Marketplace, haben genug Holz, um das noch zu verarbeiten. Aber jetzt guckt euch mal diese Werte an. Eins sehen, das heißt, wir müssten hier 20 Schwefel ausgeben, was natürlich extrem krass ist. Gucken wir uns jetzt mal nächste Runde an, ob wir jetzt irgendwas finden, was vielleicht sinnvoll ist. Okay, hier ist ein Boot. Oh, okay. Okay, das ist nur zwei Holz. Willst du mich verarschen, ey? Verdammte. Okay, und das hätten wir auch noch nehmen können, ich Idiot. Zwei Holz natürlich brutal schlecht, ne? da brauchen wir nicht drüber zu reden, dass das brutal schlecht ist. Halleluja. Obwohl, man muss es so sagen, in unserer Situation ist es sogar noch okay, weil wir kein Holz haben. Was kostet denn dann Gold? 5000, du willst mich da veräppelt, ey. Ja, ich glaube, ich werde das machen. Ich weiß, das ist brutal und kann uns auch ziemlich in den Hintern kneifen. Aber ihr seht, wir brauchen hier keinen Schwefel zumindest. Dadurch können wir wenigstens die Katakomben noch bauen. Dadurch haben wir zumindest die schon mal in 4 plus 3, 7 schon mal gebaut. Was doch besser ist, als man denkt, wenn man dann schon mal ein bisschen Futter gewinnt. Ja, es ist natürlich nicht ideal, überhaupt nicht drüber zu reden. Aber ja, was wollen wir machen? Haben wir besucht? Ah, jetzt habe ich das noch gar nicht besucht. Na, ich bin ein... Na gut, wir müssen eh nochmal da runter. Hier kann ich nicht hoch mit den Gox. Würden die fliehen? Würden die fliehen? Das ist die Frage. Bestimmt. Oh, 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 oh. Oder das sogar. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich... Oh Gott, ist das gut. Halleluja. Die haben sich jetzt einfach angeschlossen. Weil sie gesagt haben, nee, du bist krass. Dich nehmen wir mit. Bei Magogs könnten wir auch Fettish machen. Jetzt wirklich mal nach hier. Oh, das ist ein Portal. Will ich die dann fertig machen? Weil dann wird der wahrscheinlich dahinter ein Computergegner sein. Nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dann gehe ich lieber nach hier oben. Können wir mit dem Magogs oder mit dem Gox jetzt diese Erdinventare töten? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde aber nochmal einen Helden haben wollen. Aber der wird nächste Woche erst geholt. Dann müsste er auch wieder Einheiten dazu haben. Kann mich aber auch irren. Wichtig ist aber, er kann uns zumindest eine Truppe mitgeben. Ja, er wird die Einheiten dabei haben. Genau. Das heißt, wir können jetzt einmal ihn hier holen. Er kann uns schon mal die ganzen Halblinge holen. Die Würmer brauchen wir eigentlich jetzt noch nicht. Wichtig wäre jetzt das Serpentarium natürlich. Das heißt, wir ein Mage-Guild nehmen. Oder hier ein Crystal halt pro Tag, was auch ziemlich gut ist. Mage-Guild wäre generell gut, weil wir unser Held noch gar nicht mit Zaubern ausgestattet haben. Ja, und natürlich hier das haben wir auch noch. Also wir können auch hier drauf gehen. Brauchen wir allerdings so verdammt viel. Wir haben auch kein Holz mehr. Ja, das ist jetzt die Frage, worauf man eher gehen sollte. Ich glaube, wir machen jetzt Blacksmith, um einfach die Sachen hier aufzuschließen. Oder wir nehmen Foundry. Ne, wir nehmen Blacksmith. Ist wichtiger, weil Manufaktorium können wir dann bauen. Ne, können wir auch nicht. Ach, du Scheiße. Okay, ja, dann brauchen wir jetzt Holz. Definitiv. Könnten aber jetzt schon mal ihn hier mit Armee ausstatten, sodass er da rüberwalzen kann und die Städte befreien kann. Hat leider keine Bewegungspunkte mehr da. Du kannst einfach mal alles rübergeben, wobei ich eher eine Mechanikerin nehme oder abgebe. Ja, genau. Und die würden, ja, können wir nichts gegen machen. Wären wir nicht in irgendeiner Weise. Oh, beides sehr gut. Oh, Mann. Oh, das ist beides extrem gut. Ich glaube, ich will lieber auf Magie, weiß ich nicht, will ich auf Magie gehen? Ja, klar, Magie ist halt immer besser, ne? Aber man, weiß ich nicht. Wie viel Nachgabe? Ich meine, wir sind auf Fernkampf fokussiert. Ach, ich nehme jetzt erstmal Intelligenz. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Aber werden wir ja noch herausfinden. Mit dem weiteren Geld wollen wir uns die Stormbirds mitnehmen. Eigentlich ganz coole Einheiten. Das ist schon nicht verkehrt. 1100. Das sind keine schlechten Einheiten, aber ich glaube, momentan will ich die noch nicht haben. Frage ist halt, wie weit kommen wir gegen diesen Erdelementar an? Oh, 6. 6 Quicksilver. Und du kannst jetzt mal ein bisschen ins Boot gehen. Ich kann ja hier die ganzen Schätze aufsammeln, was natürlich sehr gut sein kann. Außer es ist nur Gold und nix irgendwie total cooles. Noch mehr Quicksilver, noch eine Goldmine. Piste und Lagerfeuer. Extrem gut. Nehmen wir natürlich alles mit. Ich habe noch ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen. das könnte... Oh, 10 Holz. Okay. Ja. Ja, ja. Nehmen wir gerne mit. 10 Holz. Die müssen wir jetzt auch nochmal kaputt machen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier und hoffen, dass wir die Stadt können beseitigen hier alles. Gehen dann hier rum und werden dann Richtung Norden gehen. Das sollte am meisten Sinn ergeben. Können die Foundry bauen? Ja, Penn können wir immer bauen. Kostet 1000. Das ist komplett egal. Notfalls. Aber wollen wir natürlich eigentlich nicht. Wir brauchen das Manufaktorium. Dafür brauchen wir auch wieder Foundry. Ja gut, wir haben ja jetzt 10 Holz gefunden. Also nehmen wir die Foundry. Puschen also jetzt erstmal unsere Produktion. Einheitenproduktion. Auch noch mehr Holz. Sehr gut. Gold. Oh, hier. Aber Wut ist auch nur so wenig. Ist eigentlich nicht recht angenehm. Wir haben idealerweise, da sollte man jetzt auch alle Buffs hier nehmen. Ist aber irgendwie so, ich finde das so nervig, mit allen Helden dazu machen. Aber komm, dann gehen wir hier mal hin. Waffen, dann kann er direkt zurückgehen und nachher die neuen Truppen holen. Das ist die Frage, können wir das besiegen? Ja, probieren geht über studieren. 5, 6 sagt er uns. Ja, also auf jeden Fall machbar. Es ist die Frage, ob wir das besser machen können. Ich bin ja, manchmal kann das auch passieren, dass man mal schlechter macht. Wobei die normalen Erdelementare extrem lahm sind. Das geht eigentlich nur um diese Viecher hier. Die gehen uns auf die Nerven, weil die schneller sind. Wobei die jetzt auch nicht super schnell sind. Und ich habe die Fernkampf natürlich komplett bescheiden gestellt. Ja, gut, aber sonst die Standardstrategie. Ihr kennt es mittlerweile. Ah, okay, wir können ihn aber, das war nicht geplant. So konnten wir ihn ja direkt fett Schaden machen. Und damit ist er jetzt bald schon durch. Und dann, die Erdelementare sind halt witzlos. Es gibt da wirklich Einheiten, so wie Zwerge, also Elementare. Da kannst du halt eigentlich nichts falsch machen. Also da musst du schon wirklich dich anstrengen, irgendwas falsch machen. Guckst du dich diese Reichweite an, die sie sich bewegen können. Deswegen sind natürlich auch Zwerge nicht gerade als beliebte Einheit bekannt, weil sie halt wirklich komplett nutzlos sind. Leider, ich liebe ja Zwerge, das müsst ihr ja wissen, wer meinen Kanal schon gesehen hat oder kennt. Aber hier sind sie tatsächlich komplett nutzlos. Ich weiß auch nicht, warum man sowas nicht mal ändert. Aber gut, Quatsch, von rede ich gerade. Urheiltsspiel, aber der Mod könnte es eigentlich machen. Andererseits ist das ja ihre Rolle. Die sind halt dafür nervig. Und es gibt schon Fälle, wo wirklich das passiert ist, dass du da irgendwie sitzt mit deinen Zwergen und als letztes Überleben die Zwerge da sind und dann noch den Sieg holen, weil die halt dann natürlich sehr beefy sind. Wenn sie einmal ankommen, dann kriegst du damit nicht auch große Probleme. Aber ihr seht, wir haben keinerlei Verluste genommen. Wir kriegen Basic Earth Magic super gut. Finde ich super. Nehmen wir mit. Ich meine, so Feuerball gehen wir auch mal cool, aber das ist schon nicht schlecht. Ja, dann haben wir unsere zweite Stadt. Mal reinschauen. Ich würde direkt Tavern bauen und die kostet wieder Holz. Marktplatz nennt sich auch super, dann kriegen wir bessere Verhältnisse, dann müssen wir nicht mehr so kacke teuer bezahlen. Ich sehe es einfach erstmal, also in meinen Augen zumindest, aber wie gesagt, nicht das immer für Barronen zu nehmen, erstmal Geld halt ausbauen. Wir brauchen halt hier das Geld und wir brauchen da das Geld, weil man merkt halt, wenn man das nicht macht, dass man nachher deutliche Probleme hat. Also hat man aber auch ein Sägemüde, deswegen wäre das ein bisschen einfacher. Ich hoffe aber, dass er noch mehr Holz findet einfach. von daher einen Buff hier mit. Manchmal verschwendet das Source eigentlich da überhaupt hinzugehen, weil man den Buff nicht braucht. Du kannst wegsterben. Perfekt. So, ihr seht, wir machen das jetzt nochmal, danach schneide ich so weit weg. Das ist nämlich sinnlos. Was soll hier noch passieren? Diese Einheiten können uns nicht besiegen. Alter, immer dieses Scouting, das geht mir echt auf die Nerven. Ah, okay, da haben wir auch nochmal Holz. Das Schiffsrack können wir auch noch angehen. Da sind 20 bis 49 Whites drin. Sollte aber auch eigentlich kein Problem sein mit der Armee, die wir haben, meine ich. Ja, die Whites waren kein Problem. Auto Resolve, habe eine Einheit verloren, komplett egal. Vampire geben wir jetzt noch an. Wichtig ist übrigens, hier mit dem Mod werden die Automatons hier jetzt gespeichert. Das heißt, ihr habt nicht wie beim normalen Spiel ohne den Mod, was ich auch ziemlich clunky fand. Muss ja wirklich jede Woche dahin laufen. Hier ist es so, dass sie sich stacken. Das heißt, wenn ihr jetzt einmal hingeht, dann könnt ihr natürlich alle kaufen. Ist natürlich auch gefährlich für die KI. Die KI kann dann natürlich dementsprechend sich auch so eine riesige Armee mal einfach holen. Oh, nichts drin leider. Das ist natürlich bitter. Drei, gibt mir Holz. Ja, oh mein Gott. Ja, ich liebe es. Okay, das wird wahrscheinlich eben wie Holder, also Beholder enthalten, die uns eben angreifen werden. Wir haben noch ein bisschen was vom Obelisken. Nicht so wichtig. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon mal eine gute Phase, wo wir jetzt werden jetzt das hier noch weghauen. Dann werden wir hier oben gucken, dass wir die Stadt noch einnehmen. Wollte ich eigentlich ja jetzt diese Woche noch schaffen. Ich zeige noch ganz kurz, was wir hier jetzt die Townhall-Einheit bauen. Haben ja ordentlich Geld bekommen, tatsächlich wahnsinnig viel Geld. Wir bauen hier das Manufaktorium, damit wir hoffentlich jetzt wenigstens unsere Fernkamp-Einheit bauen können. Sollte aber jetzt kaum ein Problem sein. Wir haben jetzt leider kein Erz mehr. Das will mich auch mal ärgern. Hier muss man übrigens zwei Gold oder zehn Edelstein bezahlen. Haben wir natürlich absolut nicht Edelstein, haben wir gar nicht momentan. Was heißt, da führt natürlich erstmal kein Weg hin. Hier werde ich erstmal mit ihm hier ausharren. Der soll uns dann nachher die Einheiten rüberfahren. Müsst ihr natürlich auch die Halblinge upgraden. Die geben uns nämlich Rüstungsdurchbruch, also dass wir besser gegen berüstete Einheiten vorgehen können. Oh mein Gott, ihr wollt echt Ja! Wie oft kann ich... Was ist das hier? Es ist ja heilig. Das habe ich noch nie erlebt. Oft, dass sie sich einfügen wollen. Und jetzt haben wir hier zehn Prozent nochmal Archery-Skill höher. Okay, das passt ganz gut zu ihm mit Expert Archery. Das ist brutal. 50 Prozent mehr Schaden und hier nochmal zehn Prozent wird es erhöht. Also, ja gut, sind das 55 Prozent Schaden dann? Das muss mir jemand ausrechnen. Das hier können wir erstmal nicht besiegen als 20 bis 49 Magier. Boah, das ist... Fernkampf-Einheiten, wie immer so ein Problem. Ich meine, wir brauchen auch eher erstmal Edelsteine, glaube ich, weil, ja gut, obwohl wir geben das Schwierfe jetzt auch aus. So ist das nicht. Wir werden uns jetzt aber erstmal nach hier oben bewegen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Kann ich die Imps besiegen? Mit der Armee schon, oder? Da muss ich nur das Positioning wieder ändern. Ich glaube, wenn die hier stehen, dann werden die so in die Mitte gesetzt. Ne, wir haben im Rand gesetzt. Das wäre nicht so gut. Na ja, als erstes gehen wir jetzt erstmal hier hin. Und wir wollten ja auch die Zentaurungen töten. Das wäre unsere nächste Idee. Können dann auch diese Türen und damit vielleicht die Imps killen. Wäre auch eine Option. da ist schon unser erster Gegner. Mit keiner großen Armee natürlich, aber auch viel mehr als wir jemals hier haben mit ihr. Und die klaut uns einfach unsere schönen Schätze. Ich mache jetzt was ganz dummes, also nicht denken, dass das jetzt super ist, aber ich glaube, jetzt anfangen wir vorbei, einfach, weil wir haben ja keinen Nebel des Kriegs. Denk dran. Das heißt, wir können hier einfach erstmal hochgehen und mal gucken, was hier so abgeht. Da sind schon Gegner. Oh, okay. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Das sind ja noch zwei Armeen. Und da sind nochmal 100. Ah, schon. Ist schon eine Armee auf jeden Fall. Ja, ich meine, sie ist jetzt eh tot. Können wir jetzt nochmal gucken. Na gut, hier ist noch eine Kristallarmee. Das scheint direkt, das ist nicht sehr groß, die Web. Das ist alles, glaube ich, was wir hier haben. Nicht schlecht ist natürlich, wir sind mit unserer Hauptarmee direkt hier oben. Sollte also relativ gut passen. Oh mein Gott, was ist das denn bitte für ein Setup? Oh ja, ja, Zentauron, ne? Nicht so gut. Okay, und jetzt haben wir natürlich auch das Problem, dass unsere Moral extrem bescheiden ist. Ja, okay. Oh je, mini. Oh je, mini. Oh je, mini. Ich glaube, da muss ich tatsächlich neu lernen. Da war ich jetzt sehr, sehr abgelenkt. Ja, wir können auch überhaupt nichts töten und konstant werden. Das Moralproblem ist halt, weil wir jetzt zu viel von verschiedenen Fraktionen haben. Ich glaube, bei Zweien kickt das nicht, aber danach kickt das halt ein. Was ist das Problem? Ja gut, werden wir eben neu kämpfen müssen. Das ist nämlich nicht gut gelaufen. Muss ich auf jeden Fall nochmal anders machen. 53 Hobbits können wir uns auf keinen Fall leisten. Da müsste ich nochmal neu lernen. Hab aber jetzt natürlich auch überhaupt nicht aufgepasst, weil ich gerade so verwirrt war. Ja, wir wollen natürlich auch Basic Wisdom haben. Das ist klar, aber ja, ich schalte sofort wieder rein. Ja, ich habe alles so rekonstruiert, dass wir jetzt hier vorstehen. Die Frage ist halt, was hätte ich jetzt anders machen können? Ich glaube auch nicht viel. Überlege gerade, ob da irgendwas ist. Also gut, moralmäßig müsste ich halt diese Einheiten entfernen. Ja, schwierig. Was könnte man da machen? Das ist halt so bescheuert für eine blöde Sormel, ne? Also das ist ja wirklich brutal. Aber gut, dafür hat man die Ressourcen halt hier draußen liegen. Ich weiß aber, dass die letzte Armee nicht so krass war. Also Centau-Captains sind halt deswegen so stark, weil die so schnell sind. Die normalen Centaugen gehen, aber die hier sind so schnell, wenn das halt 100 sind, die überrennen einen immer. Und da ich mich ja jetzt gerade auch nicht schützen konnte, weil meine Hobbits halt oder meine Mechaniker schlecht Laune hatten. War das ein bisschen ärgerlich. Können wir hier mal gucken. Da wäre es 31 Hobbits. Das liegt wahrscheinlich daran, genau, weil die halt total bescheiden steht. Okay, das ist natürlich auch extrem ätzend wieder, ne? brutal. Ansonsten sollte das eigentlich überhaupt kein Problem sein, die Zwecke überhaupt von. Ja, natürlich, was ist denn los? Die haben aber alle gute Laune, ey. Ach ja, nehmen wir so mit. Ist das okay. Okay, für das ist das natürlich ziemlich erbärmlich, aber wir haben zumindest viel Geld. Dafür brauchen wir auch immer die Magiegel. Wir können aber jetzt erstmal ein Watchtower bauen, dann machen wir schon mal unsere nächsten Fernkampanheiten. Ja, hier jetzt natürlich zwei Städte bauen ist so eine Sache, ne? Schaffen wir halt nicht wirklich. Was bräuchte ich denn hier von? Ja, vielleicht die Piraten, weil halt Fernkampf am besten wäre Tower of the Sea, aber ihr seht, was wir dafür alles brauchen. Das ist wirklich sehr viel und dafür brauchen wir erstmal was vor und das kostet halt immer massiv viel, um halt die Grundressource auszubauen. Ja, okay. Oh, da ist noch eine Stadt. Das ist ein Dungeon. Mein Gott, viel zu viele Städte. Ich hatte eigentlich gedacht, ich nehme ein Signal, damit ich nicht tausende neutrale Städte habe, weil ich das eigentlich nicht so gerne habe, tausende neutrale Städte mitzunehmen. Ja, nehme ich mal hier. Auch da wieder hoffen, dass jetzt kein negative Moralbitte kommt. Die sind natürlich auch wieder extrem schnell, ne? Deswegen können die natürlich sich da einen großen Vorteil holen. was natürlich ein großes Problem ist für uns. Ihr seht es halt, ich kann jetzt nicht mehr warten. Wir haben da tatsächlich ein großes Problem, dass sie uns einfach auf die Nerven gehen. Wenn die Magots sind uns egal, die dürfen tatsächlich sterben, ist mir komplett Wurst. Okay, das ist mir tatsächlich nicht komplett Wurst. Gut, das ist keine Gegenwehr, nehmen wir also mit. 2 bis 8 ist natürlich auch nicht unbedingt das Beste. Die sollen uns ruhig hier weiter auf den Magog hauen, das ist okay. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ist nicht vollkommen in Ordnung. Ja, 12 Magogs ist okay. Basic Wisdom hatten wir eben ja schon mal gesehen, das kriegen wir hin. Müssen jetzt hier auf jeden Fall selber die Miene flaggen, unsere Einheiten sind zu weit weg. Einen Marktplatz würde ich schon noch nehmen, weil wir dann bessere Handelsbedingungen haben, dass wir auf jeden Fall sinnvoll. Können sich da nichts gegen machen, ist klar. Und jetzt nimmt er sich einfach die Stadt, er will es nämlich veräppeln, ey, das ist ja nicht sein Ernst. Hier geht es direkt zur Konfrontation, dann werden wir natürlich hier mal schauen, ob wir ein bisschen, naja gut, Einheiten sammeln, das ist ja ein bisschen schwierig, hier jetzt noch rüber zu fahren. Aber wir werden natürlich alles raushauen, was geht. Und dann einmal hier rüberkarren. Müsste aber eigentlich auch reichen, was wir haben, oder ist nicht das falsch? Wieder die Frage, geht das, oder geht das nicht? Ich komme noch nicht mal hin, willst du mich veräppeln? Das ist ja total nervig. Übrigens, das Estate hätte ich flaggen sollen, weil ich eben ja auch erklärt habe, dass wir dadurch ja mehr Einheiten bekommen durch den Mod. Und nein, ich habe es nicht getan. Nicht so klug. Wir haben sie jetzt gespalten, oder wie war das jetzt? Ah ne, er hätte rinnen, ja gut. Gut, ich könnte jetzt einfach die Stadt nicht angreifen. Kein Bewegungspunkt, das ist natürlich bitter. Ich kann auch hier nicht angreifen. Hat Kreuzfahrer ein paar. Gut, wir haben Vampire. Rechte Moral haben wir halt. Die Griffins sind nervig. Die Scharfschützen, sind das Scharfschützen oder Normale? Jetzt bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das sind Scharfschützen, oder? Sieht zumindest aus, wenn die beide Upgradet werden, ist die Frage. Lohnt sich dafür jetzt, die Stadt ist ja noch gar nicht ausgebaut. Lohnt sich dafür jetzt schon rein zu rushen oder soll ich erstmal hier auf Nachschub wachen? Ich glaube, ich wachte erstmal auf Nachschub. Ich weiß nicht, ob das dumm ist, aber ich denke, das sollte passen. Okay, wir kriegen hier tatsächlich noch eine Stadt. Gut zu wissen. Okay, das ist gar nicht so wahr. Geld ausgegeben haben. Magiergilde fehlt uns jetzt natürlich Erz. Das heißt, wir nehmen uns jetzt eine Pen oder können die French Upgraden. Beides extrem schlechte Sachen, aber nicht viel daran zu tun. Wir können mehr Informationen holen. Ne, da brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, wir lassen die Stadt erstmal ein bisschen vorwahrlosen. Ja, jetzt haut er ab. Ist okay. Das zeigt also schon, dass wir genug Einheiten haben, um ihn zu nerven. Das ist schon ganz okay. Ja, jetzt muss man ein bisschen sortieren. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Platz. Auf jeden Fall den hier mitnehmen. ist die Frage, soll ich die Magogs noch mitnehmen oder nicht? Ich glaube, die kommen jetzt erstmal raus. Nehmen wir lieber den Sandwurm mit. Ey, Tormentons können wir erstmal sammeln. Ich glaube, die sind am Anfang einfach noch nicht so stark, als dass das jetzt relevant wäre. Müssen auch unbedingt upgraden gehen. Das ist das allerwichtigste eigentlich. Damit das auch wirklich vorankommt. Denn upgraden, also hier ein Halfling vor allen Dingen wäre tatsächlich ganz cool. Nur fehlen uns dafür jetzt, war klar, jetzt fehlt uns natürlich Schwefel. Ist ja klar. Gegen Magier kämpfen ist allerdings sehr uncool. Soll ich denn sonst irgendwann anders rausnehmen? Die Piraten? Piraten für Automatons? Ja, der gibt keinen Sinn. Ah, Upgrades, ne? Auch so eine Sache. Eigentlich nicht schlecht, die KI jetzt erstmal ein bisschen was bauen zu lassen. Die KI kann das ja recht gut. Die hat ja ordentlich Ressourcen auf der Schwierigkeitsstufe, wo wir sind. Ist die Frage, wenn sie nachher dann etwas hier erweitert gebaut haben, Verteidigung gebaut haben, dann wird es ein bisschen nervig. Also wir können jetzt durch den zweiten Markt zumindest besser die Ressourcentausch auf. Wir machen es dann einfach so und nehmen uns hier nochmal ein Erz und können dann zumindest mal Magier-Gilde oder tatsächlich das hier, weil das natürlich unser gesamtes Geld kostet. Wir brauchen auch unbedingt City Hall. Naja, ich glaube, wir müssen dahin gehen und gucken, dass wir City Hall machen. Wir können auch wieder einen Grill aufnehmen, das heißt, insofern können wir damit das Geld dann kriegen, was wir brauchen. Ich überlege, wir gehen erst mal zu den Vampiren, gucken wir, was er so macht. Die Vampire einsacken, ach, ist jetzt so ärgerlich, dass hier Magier sind. Da verlieren wir halt nur wieder Einheiten. Magier sind ja noch schlimmer als man andere Dinge. Aber wir bräuchten natürlich jetzt tatsächlich auch Schwefel, um eben hier das Upgrade zu fahren vom Halblingen und natürlich auch nachher um unsere Fabrik hier aufzusetzen, unsere Magier-Gilde. Die sind natürlich auch recht wichtig. Wir dürfen jetzt auch dieses Spell hier lernen können. Gehen wir einfach mal hin. Woher komme ich dann bis dahin noch? Ich hoffe einfach mal. Natürlich nicht. Es war so klar. Fireball, okay. Ach ja, ich habe ja keinen, ich bin auch sehr entgegen, ich habe kein Zauberbuch. Ah, ja gut, dann gucken wir, was er jetzt macht und ja, werden wir Pech haben. Ach, da ist ja noch eine Held. Ich wusste, ich habe das 3 gesehen. Ich bin komplett bescheuert. Okay, das ist einfach nur so ein Duli-Held. Jetzt ist die Sache, okay, wir müssen erst mal hier das Geld für die City Hall nehmen. So, den Rest können wir von mir aus dann in Vampire investieren, das ist kein Problem. Nummer 2 und wir würden jetzt auf jeden Fall die Stadt einnehmen müssen. So, auch wenn das nicht eigentlich ganz cool gewesen wäre, den erst mal ausbauen zu lassen, aber egal, das werden wir sich auch einfach killen. Er kann dann fliehen, das ist kein Problem. Ich hätte gerne die das vor noch bauen lassen, das wäre auch gar nicht schlecht gewesen. Ja, haben wir jetzt nicht gemacht. Gutes beim Estate, also beim Vampiren, das brauchen wir uns vor, in Anführungszeichen, nur, ihr seht 20 Holz, 20 Erz, natürlich brutal, das heißt auch hier wäre wieder die Idee halt, Taverne zu nehmen, aber jetzt natürlich kein Goldherr mehr. Das können wir übrigens alles vergessen, auch Zyklopenkönige werde ich mich erstmal nicht ranwagen. Hier, da können wir noch hin, können wir noch nicht kommen und gucken wir mal, was hier unten los ist. Nichts, danke schön, Spiel. Super Sache. Ja, und aufwerten, das ist halt jetzt auch immer schwieriger, weil wir jetzt natürlich dann hin und her laufen müssen. Sollten wir also am besten hier so eine Kolonne erstellen, damit wir das mal aufmachen können, aber dann haben wir auch einfach keine Ressourcen dafür. Trotzdem jetzt ganz okay dabei. KI ist jetzt noch nicht, hat noch nicht angegriffen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Woher ich es nicht fand, dass sie jetzt weniger haben. Boah, was ist das denn, ey? Aber jetzt auch nicht übermäßig viel. Das heißt, wir würden uns jetzt mal oben diese Schatztruden holen, damit die KI das nicht kriegt. Auch wenn das ein bisschen, ich mich schon ein bisschen schlecht fühle, weil ich halt geladen habe, weil ich hier nicht verplant da drauf gedrückt habe und nicht überlegt habe, was ich da mache. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr verzeiht mir da. Das ist jetzt nicht, soll kein Iron Man sein in dem Sinne, sondern soll einfach auch erstmal ein bisschen showcasen beim Factory und da kann ich auch schwer einschätzen, wie gut die halt sind. Und es ist auch immer eine Zeit vergangen, die ich nicht das Spiel gespielt habe. Ja, okay, wir können jetzt nichts bauen, kein Geld, nichts. Wir können natürlich jetzt Ressourcen verkaufen, aber das würde ich halt eher ungern machen, dass wir jetzt auf 500 kommen könnten. Ne, das bringt auch nicht so viel. Dann haben wir jetzt zumindest mal, okay, shit, grün hat es jetzt, das ist die nächste Farbe, aber ist das, das müsste aber die gleiche sein wie hier, ne? Weil ich ja cool fände, hier einfach drauf zu rushen und uns diese Schatztruhe zu holen, aber das wird leider nichts. Ärgerlich. Super cool, ne? Warum hat er die noch nicht geholt? Ja gut. War zu tun. Er scheint hier Elemental in Konflux zu sein. Ja, aber ansonsten sehe ich da jetzt noch nicht viel, also viel Einer sind das jetzt nicht, aber ich kann natürlich auch einfach nur irgendein Strotter abgelegt haben. Ja, momentan ist das jetzt eine stillere Phase, also auch sehr ergreifend es jetzt an. Werden wir erstmal gucken, dass wir einfach hier ein bisschen verlieren, also diese müssen wir auch killen können und dass wir uns Sachen natürlich holen, so dass wir hier hoffentlich den Vorteil gewinnen können. An sich mag natürlich auch super gut. Mag das halt wirklich, dürft ihr nie vergessen, eine der besten oder wichtigsten Sachen. Und wir können natürlich noch mehr Vampire holen, würde ich jetzt auch einfach mal machen, weil ich extrem teuer ist. Können wir hier noch bauen, aber das ist halt alles total sinnlos, ne? Parcel brauchen wir 5.010.10. Ja, und halt noch immer nichts hiervon, ne? Das ist natürlich schon bitter. Wobei ich jetzt okay finde, dass wir wenigstens die Kernkämpfer haben, aber natürlich wäre das dann sehr wichtig. Aber gut, solange wir da nichts von haben, also keinen Erz haben, brauche ich jetzt auch kein Geld zu sparen, ehrlich gesagt. Dann nehme ich mir lieber noch mehr Vampire, weil Vampire sind schon ziemlich stark. Wir haben uns übrigens verkackt, das jetzt zu holen in der Woche, auch nicht gut von mir gespielt. Aber hoffen wir auch, dass uns das nicht in den Hintern kneift. Aber dass wir hier nur diese blöde Ranch upgraden können, ich mache es jetzt einfach, glaube ich, oder? Das kostet aber auch wieder Geld. Ja, komm, egal. Wir machen jetzt mal ein Upgrade. Die können halt nicht so viel, wir können ja nochmal sehen hier, also die können nichts. Ja, die sind da ein bisschen schneller, das ist ganz cool. Das war's, ne? Und dann oben ein bisschen Attack, Defense, keine spezielle Fähigkeit oder sonst irgendwas. Ich zeige euch die, wenn es dann wirklich relevant wird. Oh, blau kommt angefangen. Oh, ich hasse ja solche Maps. Oh, schade. Ich hasse ja solche Maps, wo du von allen Seiten jetzt angegriffen werden kannst. Das kann halt so übel enden. Wäre schön, wenn die noch lange bräuchten, um sich das Schiff zu holen. Na toll, wieder nichts drin. Ey, ärgerlich. Hau mal noch hier die Dinger um. Die würden abhauen. Nee. Oh. Wollte eigentlich nein sagen. Ist aber auch nicht so weiter wild. Machen wir jetzt auf jeden Fall, bevor ich dann wieder vergesse, das Geld. Jetzt verschwenden wir das nur. Wenn die Katakomben upgraden, was sehr cool ist tatsächlich. Das brauchen wir. Das hier brauchen wir auch noch. Da brauchen wir aber wieder Schwefel, denen wir jetzt natürlich alles verkauft haben. Aber gut, manchmal ist es halt einfach so, dass man gerade das bauen oder machen muss, was man gerade... Ja, hier sind einfach vor. Wir kriegen keine Ressourcen momentan. Dass diese ganzen Mini-Städte sind momentan jetzt auch nicht so schlimm. Es war nur die Frage, ob die KI da jetzt wirklich krass mitarbeiten kann. Weil dann haben wir ein Problem. Ansonsten wäre das jetzt nicht so schlimm. Es sind... Ja, die sind zu krass. Ich habe keine so schnelle Einheit. Ich möchte eine Einheit, die da so durchfegt. Dann könnte man da irgendwie was Besseres machen. Ich habe oben einen Gegenstand verkauft. Den hatten wir auch von diesem Schiffswag. Das war einfach, dass wir keine Moral oder nee, kein Glück bekommen können. Aber unsere Halblinge haben ja positives Glück. Habe ich mal schnell verkauft, bevor ich das noch länger so stehen lasse. Dann würden wir uns jetzt tatsächlich die... Also ich habe das für Schwefel verkauft und würde uns die Halblinge upgraden. Heißt natürlich auch, wir müssen jetzt zurückkommen. Wichtig ist, die Halblinge normal haben halt positives Glück. Eins bis drei Schaden und so weiter und so fort. Könnt sich angucken. Und da haben wir ein bisschen mehr Schaden oder ein bisschen mehr Tech-Skill, so muss man sagen. Schaden ist auch ein bisschen nicht so ganz spreading. Und wichtig ist halt, 20% des Defense-Skills werden einfach ignoriert, was sehr gut ist. Müssen wir jetzt nur gucken, dass wir das halt irgendwie zurückfahren. Ich bin hier auch weiterhin gegangen. Ihr seht, das ist grünes Territorium. Eins, so dass er... Das sind die Nebenstädte. Ich weiß nicht ganz genau. Also jeder wird wohl drei Städte haben. Das heißt, hier oben wird noch blau sein. Darauf fährt er hier auch durch mit dem Schiff irgendwo rum. Da kann uns natürlich jetzt einfach auch Städte wegnehmen. Hier können wir auch nicht viel dagegen machen. Was natürlich extrem nervig ist. Moment mal, was diese Stadt hat schon... Das habe ich noch gar nicht gemerkt. Habe ich jetzt... Was? Die Stadt hat doch nichts gebaut, oder? Ach doch, wir haben ja Walking Dead sicher. Ja gut, das hat ja wohl eher gebaut, ne? Warum kann man die auch schon bauen? Ohne... Na, egal. Ach, interessant. Das ist echt nicht mehr. Sehr komisch. Also wir wollen ja auf jeden Fall die Arcel dann in der nächsten Runde bauen. Können dann hier aber noch die Town Hall bauen. Glaube ich, dann kriegen wir nicht einfach mehr Geld. Boah, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Okay, wir müssen da wahrscheinlich was bauen, damit wir hier einfach... also rekrutieren leider. Haben wir noch reichlich Geld. Ich glaube, fünf sollten reichen, dass wir da nicht einfach überrannt werden. Hoffe ich zumindest. Blöden Schiffe jetzt, ne? Das wird ja richtig lästig. Aber gut, ist nichts dran zu machen. Kommen wir erstmal die weg. Die lassen wir tatsächlich einfach gehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Und werden uns hier nochmal das Geld nehmen, weil wir sind jetzt wieder ein bisschen knapper. Wir wollen ja jetzt aufs Kapitol. Das heißt, wir können auch Serpentarium nehmen. Oh, okay. Serpentarium wäre natürlich auch richtig, richtig gut. Können wir beides uns leisten. Langfristig ja. Nee, erztechnisch nicht. Dann würde ich glaube ich zuerst Serpentarium nehmen für die Quartel. Das wäre schon am besten. Dann können wir nicht diese Quartel hier bauen. Die können halt fliegen, sind halt sehr schnell. Und wichtig ist, die können einmal skippen, um dann unverwundbar zu werden, was ziemlich krass ist. Von daher nicht schlecht, wenn wir die in der dritten Woche haben. Brauchen allerdings, um die zweimal pro Woche zu kriegen, genau brauchen wir glaube ich die Castle. Das heißt, wir müssen jetzt auf Castle hin. Da fehlt uns jetzt wieder Erz. Wir haben auch drei Märkte. Theoretisch sollte das dann tatsächlich das Ganze möglich machen. Ich muss jetzt erstmal nach hier oben laufen, weil ich diesen Buff gern haben will. Und dann würden wir wieder die ganze Strecke nach unten laufen. Was natürlich ziemlich ätzend ist. Wir kommen jetzt auch mit ihm wieder zurück. Der hat jetzt momentan nichts mehr zu sammeln. Von daher, können wir uns auch erstmal zurückziehen. Oh ne, du willst aber jetzt nicht mich angreifen. Ich hab dir gar nichts... Oh. Okay, die können uns angreifen. Das wusste ich auch gar nicht mehr. Mit Inseln habe ich auch noch nie gespielt. Ziemlich ärgerlich. Ein bisschen Defense-Skill. Aber ich glaube, Aggression ist immer besser. Und dann watschen wir hier wieder den ganzen Weg nach unten. Brauchen jetzt auch bald nochmal neue Helden. 4300. Ja, wie gesagt, wir brauchen Castle für das Kapitol. Eigentlich bin ich immer der Mensch, der gerne aufs Kapitol geht, aber ich denke immer, die Einheiten schon mal zu kriegen ist schon wichtig. Nur bis ihr die jetzt bauen könnt, vergeht natürlich Jahre. Wir haben ja auch keine großen Dungeons hier. Weil ich euch ja erzählt habe, wir müssten Dungeons cleanen. Haben wir ja einfach nicht. Wir haben halt drei Städte. Ja, aber keine wirklichen Dungeons, die uns jetzt den Vorteil bringen. Wir haben natürlich dafür zweimal Goldminen. Ich meine, Giants kann man vielleicht sogar killen. Aber natürlich ist der Weg bis hier unten auch wieder gigantisch. Und sonst hat keinerlei Helden mehr, weil uns hier jetzt alle weggefrühstückt worden sind. Könnt ihr, glaube ich, die auch noch Zeit... Ich hab die nicht fliegen lassen, weil ich kein Geld dafür hatte. Ja, ich glaube, wir können jetzt mit dem Geld ausgeben, um nochmal einen neuen Helden zu holen. Das sollte nicht das Problem sein. Stellen wir den jetzt schon mal so auf, dass er uns die Einheit hier runterkarren kann. Können jetzt erstmal nichts Sinnvolles bauen. Leider. Also alles... Ja, wohl, das können wir bauen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall diesen Stein für oben die Geschichte. Und wir brauchen wieder Schwefel, leider. Aber hier können wir schon mal die Katakomben upgraden. Können wir auch da nochmal einen Unterschied sehen. Also wir haben, wie gesagt, können wir uns durch das Schlachtfeld buddeln. Und wir sind immun gegen Blindheit und Stone Gaze. Also können nicht versteinert werden. Und hier natürlich dasselbe. Und wichtig, wir können Körper auffressen und dadurch mehr Schläge, also mehr Angriffe machen. Sind ganz okay schnell, also deswegen auch ganz cool. Schaden-Technik auch ganz nett. Also eigentlich eine ganz gute Allround-Einheit, die man benutzen kann. Kann man nicht viel gegen sagen. Wir haben jetzt hier noch einen Markt bauen, wo wir dann wieder kein Holz mehr haben. Aber gut. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir werden jetzt gleich auch diese Zentaurin auch da einfach in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, wir müssen die Zentaurin jetzt umhauen. Auch da führt kein Weg dran vorbei. Ihn, wie gesagt, stellen wir jetzt in die Mitte auf, sodass er jetzt gleich rüberlaufen kann. Und wir hoffentlich mit unseren Helden dann so eine Kette bilden können. Sind da nicht mehr so gut drin, wie gesagt. Kann jetzt mal hier so entgegenkommen, dass er dann eine andere rüberkommen kann und die direkt runternehmen kann. Ja, müsste so funktionieren. Also er gibt denen die, er läuft weiter und dann sind wir hoffentlich in zwei Runden wieder oben. Dann können wir nachher auch mal hier die Automatons holen. Da sind ja jetzt auch schon 15 mit einem guten Power-Stack von denen. Plus halt, dass wir hier Stormbirds rekrutieren können. Krass halt. Können wir tatsächlich was reißen, weil Stormbirds sind schon ziemlich cool. Müssen das Nest noch upgraden, aber gut, dafür brauchen wir halt wieder, ihr wisst es schon, das vor. Das ist natürlich immer etwas ätzend. Sonst können wir erstmal nicht viel machen. Der blaue, oh, der blaue greift den an, das finde ich gut. Das würde uns doch helfen, wenn die hier so ein bisschen auf die Nerven gehen. So, jetzt bringe ich die hier hin. Dann gucken wir, ob wir noch irgendwelche anderen Upgrades haben. Ja, Watchtower wäre natürlich super cool, ne? Also hier unten den Watchtower, aber 10 Holz, dann können wir wieder die Castle nicht mehr bauen, wenn dann, ja, können wir jetzt übrigens, ja, müssen jetzt wieder tauschen. Wir haben drei Märkte, eigentlich sollte das möglich sein, dass wir tauschen. Wir wollen noch mehr, ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich den Saunapfel beißen und da ordentlich was ausgeben. Dann können wir nicht jetzt die Castle bauen, damit wir nämlich jetzt pro Runde zwei Quartals bekommen, was ganz cool ist, und hier sogar vier, ganz dinge, statt drei. Dann haben wir das noch am siebten Tag geschafft. Die Dreadnoughts sind jetzt auch nicht so wichtig, dass sie jetzt wirklich relevant wären, von daher, alles gut. Die Armadillos, ich schmeiße jetzt einfach mal alles rüber. Das hier mal mit allen nach unten karren, damit wir das hinkriegen. Natürlich geldtechnisch wieder die Frage, ob wir es überhaupt schaffen. Da müssen wir jetzt einfach mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wichtigste sind erstmal die Halblinge. So, du kannst einfach alles einfach hier rüber schmeißen. Ja, dann kannst du die Magogs haben und wir nehmen das alles zurück. Er kann sich jetzt wieder, er kann sich leider nicht zurückbewegen. Okay, das ist natürlich sehr ineffizient. Wir werden jetzt hier einmal upgraden, damit wir hier mal eine gute Masse zusammenkriegen, auch noch mehr kaufen. Ja, die Upgrade, können wir uns sogar noch leisten. Hätte ich nicht gedacht. Das ist gut. Die Armadillos sind jetzt nicht so wichtig, dass die jetzt wirklich irgendwie dringendst upgradet werden müssen. Das ist tatsächlich nicht so relevant. Oh, der Blau hat schon mal den ersten Angriff gewagt. Jo. Und wir können jetzt hier unten weitermachen. Frage ist, womit? Also ich habe jetzt die Option, die Dinge abzugraden, was ich nicht so als sinnvoll erachte. Ich würde am liebsten hier ganz viel Sandwürmer kaufen. Auch das kostet natürlich ein Schweinegeld. Die werden auch gut, die werden natürlich gefokust, was halt auch immer so ein Problem ist. Und wir können sie halt noch immer nicht aufwerten, weil halt jetzt fehlt uns auch wieder Holz. Ja, aber ich glaube, wir nehmen die tatsächlich. Dann können wir natürlich sonst nichts mehr machen, diese Runde. Soll uns erst mal reichen. Dann müssen wir nachher noch einen Helden holen, damit wir da nachher auch wirklich diesen, die ganze Geschichte etwas effizienter noch machen können. Die Automaten habe ich jetzt dann immer unten gelegt. Das ist halt einfach das Schicksal. Also die sind hier jetzt drin, aber ich werde halt wahrscheinlich eher die Vampire, ja gut, langfristig Piraten, wobei das halt die Sache ist, wie kriegen wir diese Ressourcen. Und jetzt würde ich einfach mal hier diesen Angriff wagen. stehe ich mich im Weg? Nee, geht aber. Ach Gott, das ist das brutal, ey. Es ist so brutal. Es ist wirklich brutal. Wir müssen jetzt auch viel zu viel Fernkämpfer schon wieder schützen. Wie gesagt, Piraten sind nicht so wichtig, aber ich würde natürlich schon gerne jeden Schuss abnehmen, den wir kriegen können. Der kann sich natürlich, ich habe die hier komplett falsch gestellt. Okay, er ist aber schneller als die. Das ist natürlich gar nicht so verkehrt, nur die würden natürlich beide auf ihn drauf gehen. Aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Ah nee, die gehen da rauf, finde ich okay. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so okay. Ja, okay. Ja, ja, sieben Piraten, ja, 15 Halblinge war jetzt auch mein Fehler. Geht aber. Piraten werden wir leider auch eh aufgeben müssen momentan. Oh Gott, nicht auf keinen Fall Diplomatie, brauchen wir gerade nicht. Und dann haben wir zumindest jetzt endlich diese verfluchte Holzgeschichte. Das ist natürlich trotzdem viel zu teuer gewesen. Und wir brauchen jetzt noch Drehenquellen von Gold. Gold, 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 also Goldminen. Ich meine, wie gesagt, die Giants sind jetzt nicht so das Problem. Es sind ja keine Titanen, also es sind ja die einfachen Viecher, das ist auch kein Ding. Also wir müssen hier unten die Gox killen. Ja, machen wir mal. Natürlich dann wäre der ganze Lauf ein bisschen unsinnig gewesen, aber dafür ist auch kein Weg da vorbei. Wir können nächste Runde ihn noch verstärken, denke ich mal. Können natürlich gar nichts brauchen momentan, was jetzt sehr ärgerlich ist. Die werden jetzt wahrscheinlich auch irgendwann einen Angriff starten. Grün hat es erstmal den Blauen aufgemischt. Oder hat er ihn nur da stehen lassen? Er hat ihn nur da stehen lassen. Nee, oder? Nee, der ist aber blau, steht einfach noch da. Warum? Dann haben wir uns die beiden und die 50 oder so viel wir auch kriegen können an Hobbits Halblingen und schicken die auch nochmal rüber. Also, dass wir da ein wenigstens ein bisschen was an Macht haben. Hoffentlich fliehen die Magogs einfach, dann sind wir die schon mal los. Du kannst hier, keine Ahnung, was kannst du noch machen? Ich meine, du kannst dich schon bereit machen, hier oben irgendwo. Achso, jetzt will er natürlich wieder runterkommen, will uns wieder nerven. Ja, gut, aber nicht mit der Armee, das ist, finde ich jetzt schon ein bisschen gemein. Wir gehen jetzt einfach mit E-Mail rein, holen uns die Einheiten, die da gleich sind. Hoffe ich nicht, dass ich jetzt die Atomatons verliere. Das wird ziemlich ärgerlich. Der Blaue läuft einfach hier wahllos durch, einfach überhaupt kein Bock. Er sagt sich auch, gönn dir, ey. Er will uns jetzt hier oben was wegflaggen, finde ich auch nicht okay. Nehmen wir mal die Einheiten hier raus, müsste eigentlich reichen, um sie umzuhauen. Ja, ja, das geht. Ja, Flied, wir haben zwar viel verloren, ist uns aber relativ egal, da können wir auch nicht viel gegen machen. Die sind aber sehr gemein, die hauen ein bisschen was ab und dann hauen die, also hauen was kaputt und dann hauen die schnell ab. Komm, Flied, 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 ja, okay, weg mit dir, brauchen wir nicht. Docks sind, also gerade Magog sind fies mit ihrem AOE-Schaden. 10 bis 9,10. Weil das sind trotzdem die Schwächsten, die man haben kann, muss man ganz klar sagen, aber das ist brutal. Okay, ich habe das Ergebnis bekommen. Kann ich das noch besser machen? Probieren wir mal. Ich glaube nicht. Aber die natürlich extrem lahm sind, obwohl extrem lahm sind, das stimmt gar nicht. Sind eigentlich okay lahm, sag ich mal. Lassen wir die erstmal laufen. Fehlen zwei davon. Ja, und dann sind wir schon direkt in dem Angriffsmuster. An den kriegen wir kaputt, das ist kein Problem. Okay, dann werden die tatsächlich dran glauben. Stellen wir die davor. Wie viele Schaden machst du denn? Ja gut, du kannst die auf jeden Fall töten. Aber es kann der Wurm mehr als zwei, ich glaube nicht, das heißt, wir gehen mit ihm hier oben hin und hauen die um. Okay, er kann nicht mal einen, äh, nicht mal zwei töten. Hätte ich jetzt schon mit ein bisschen mehr gerechnet. Er haut halt einfach die um und dann müsste es eigentlich schon gewesen sein. Ja, okay, exakt dasselbe Ergebnis. Ja, aber wir haben eine Goldmine, was essentiell ist, weil wir halt momentan wirklich extreme Goldprobleme haben. Und die Upgraden ist halt, ah ja, übrigens das Mana Generator Gebäude, da kriegen wir 20 mehr Spellpoints, wenn wir hier belagert werden. Ist ziemlich nutzlos natürlich momentan. Ist klar, sind ja meistens diese Gebäude eher so Utility, würde ich sagen. Äh, hier brauchen wir halt, wie gesagt, jetzt Holz, gut kriegen wir jetzt, aber dauert noch ein paar Runden und, ähm, Schwefel wird wir einfach gar nicht bekommen, weil da magier davor campen, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Übrigens noch immer nicht das da genommen. Ich bleibe mir gerade mal so ein. Gut, den Helden haben wir verdrängt, das ist in Ordnung. Ah ja, Gebäude, wie gesagt, können wir halt nur und die Upgrade will ich aber nicht. Warte jetzt auf die 10.000, etwas Kapitul bauen können. Für die nächste Armee. Oh Gott, wie viele Helden die wir haben, ey. Was, wo führt das hin? Okay, das führt dann zu noch mehr Devilen und dann sind wir direkt bei dem Gegner hier. Bei mir stand aber nicht so was vor. Also hier, die waren ja nicht wirklich davor. Naja, das werde ich auf jeden Fall erstmal die machen lassen. Die sollen sich erstmal selber hier mit den Gegnern beschäftigen. Das ist mir ehrlich gesagt gerade vollkommen wurscht. Können 2000 Erfahrungen hier mal sammeln. Ich glaube, die nehme ich tatsächlich jetzt mal. Das ist ja wirklich nicht ganz umsonst gewesen. Ja, Silo, nee, ich brauche jetzt 1500 noch eigentlich. Könnt die, oh Gott, nee, okay, kann ich nicht. Wir könnten nur irgendwann verkaufen. Du hast ja auch keinen Gegenstand, wir haben ja nie gekämpft, von daher ist das auch Unsinn. Ja gut, also er kann jetzt erstmal auch nicht viel machen. Kann natürlich hier die Einheiten reinsetzen, damit die wenigstens nicht ohne Verteidigung ist komplett. Und dann kann er wieder nach unten gehen. Wir brauchen ja gleich wieder ein bisschen Einheiten ferrying. Nein, das solltest du auf keinen Fall tun. Ja, nächste Runde, dann können wir das Kapitol jetzt bauen, das ist perfekt. Bisschen spät, aber ist auch egal. Und dann haben wir hier tatsächlich langsam eine ordentliche Bedrohung. Oh, können wir die überhaupt besiegen? Wie hat der denn die ganze Ciclop? Ah ja, der Kerl, ey. Ja, wir können uns natürlich die Stormbirds hier noch holen. Das sind zwölf Stück, plus die, die wir aus der Stadt kriegen könnten. Dann können wir natürlich hier die Erfahrung nicht nehmen, ist klar. Und ich habe auch kein Zauberbuch für mich gerade auf. Aber gut, dann haben wir schon mal zwölf Stormbirds und würden hier einfach jetzt mal hochgehen. Ja, den ziehen wir jetzt einfach natürlich wahllos zurück. Der wird uns diese Stadt einnehmen. Ist mir aber eigentlich egal, wenn er uns dann vorhin baut, wäre das tatsächlich super. Wir müssen halt diese Einheiten rekrutieren, das ist halt das übliche Geldproblem. Wo steht der jetzt? Ist so weit oben. Schaffen wir vielleicht noch eins rüber zu karren? Auch wenn er jetzt natürlich die Stadt übernimmt, was wie gesagt uns aber egal ist. Okay, er haut jetzt ab. Das ist gut für uns, das heißt, er denkt, er ist schwächer. Oh, da ist der Grüne gerade irgendwie einfach gestorben. Okay, soll uns auch egal sein. Ich würde halt gerne die Würmer noch mitnehmen, aber 6500, Ist natürlich brutal. Diese blöde Schwefel, ne? Es fehlt jetzt echt diese blöde Schwefel, ey. Aber das ist so teuer. 5 brauchen wir, Ne, das geht nicht, ey. Wir können es hier mit tauschen. 5. Die Upgrade, das Upgrade wäre schon gut. Ja, aber dann gehen wir natürlich, ja gut, aber wir haben die genug, ne? Ach komm, erst drauf. Machen wir, machen wir, machen wir. Dann müssen wir uns jetzt wieder hin und her karren, weil wir halt natürlich das Upgrade fahren müssen, damit die auch wirklich relevant sind. Gehen wir erstmal nach hier. Holen die von hier aus, obwohl ich glaube, das ist wieder auch wieder Unsinn gewesen, weil wir hätten das noch effizienter machen können, aber ist nicht schlimm. Gehen wir hier hin. Ja, aber doch, ich glaube, wir mussten das so machen. Es sollte zumindest ungefähr funktionieren. Dann nehmen wir so viele Würmchen mit, wie wir nehmen können erstmal und können dann nächste Runde, weil er jetzt eh nicht zurücklaufen kann, können wir, ups, können wir dann die upgraden. Hoffentlich, dass das nicht so viel kostet, dass wir das nicht leisten können. Wir können es dann noch ein bisschen weiter nach oben gehen, damit das Ganze auch effizient ist. Wir haben noch immer kein Zauberbuch, ne? Das ist wirklich was, wo ich dran denken muss, aber das ist halt die Geschichte, wenn man da nicht mehr so drin ist. So, jetzt können wir die upgraden. Dann machen wir jetzt gleich mal wahrscheinlich schon einen dickeren Kampf. 2700. Würden uns noch die restlichen Würmer nehmen. Jawohl. Scheiß auf alles andere. Momentan. Und dann gehen wir die wieder rüber. Kann sich hier auf deinen Posten begeben. Und gibt es unserem Chef die gebufften Einheiten. Ah, ich habe mich noch weiter bewegen können. Schade. Und wir gehen wieder hier hoch. Wichtig ist natürlich, die KI ist da nicht dumm, ne? Die geht auch wirklich in der siebten Runde immer dahin und wird euch dann nerven. Wobei die Gegner, die wir jetzt haben, natürlich schon recht schwach sind. Die können uns jetzt nicht wirklich daran haben. Können dann gleich direkt die nächste Armee hochfahren. Geldtechnisch. Wir können einen Mana Generator bauen. Ist natürlich total nutzlos. Ja, haben wir auf jeden Fall alles ausgenutzt, was wir können. Und jetzt wird er halt die Einheit rekrutieren können, ne? Weil er, aber er ja noch nicht, ne? Das ist ja jetzt Next und er ist, also jetzt konnte es noch gar nicht, aber gut, dann haben wir natürlich gar nicht den Nachteil. Dann klatschen wir die jetzt wieder um. Basic Pathfinding. Ist tatsächlich ziemlich gut. Problem ist natürlich, wir haben nur noch vier Slots, aber ich glaube, wir nehmen Pathfinding mit, weil Geschwindigkeit ist tatsächlich nicht ohne. Hat er denn was Cooles gebaut, wenigstens? Hat er was Cooles gebaut? Hat er was Cooles gebaut? Ist ehrlich gesagt nicht. Ich glaube das hier, oder? Ne, das hat er wieder gebaut. Er hat nichts Cooles gebaut. Was für ein Langweiler. Das ist echt ein Langweiler. Und ja, die Armee müssen natürlich auch klatschen und wichtig, von unten kommt natürlich auch der Grüne, aber gut, mit keiner Einheit, die unseren fünf Stormbirds hier in irgendeiner Weise Probleme bereiten sollten. Ja, großes Problem würde natürlich sein, dass das EKI die ganze Zeit unsere Goldmine flaggen wird. Klar, Gold ist ziemlich attraktiv. 1000 pro Tag. Kann man ganz gut machen. Können wir jetzt auch nicht viel machen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch diese 8 Vampire mitnehmen wollen. Wir haben jetzt gerade noch mal die anderen Armee hochgeschüft. Aber ja, Ressourcen, nach wie vor die Standard-Ressourcen. Der Held muss hier oben mal die Mine einnehmen noch. Okay, jetzt geht er noch da unten. Wir sind uns da auf die Nerven. Jetzt ist es halt eine extrem kleine Armee, also der kann jetzt den nicht wirklich machen. Habe ich schon beobachtet, da ist jetzt nicht das Problem vorhanden. Wenn ich jetzt hier rübergehe wieder, ist das kein Ding. Ich kann ja notfalls auch was rekrutieren. Beliegt nicht unbedingt, aber notfalls kann ich es tun. Das wäre die Frage, ob wir einen Silo mitnehmen. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal einen Silo mit. Ich hoffe, da ist trotzdem 8 Vampir-Kriegen wir trotzdem hin, oder? Ne, 6. Reicht uns aber auch, ist okay. Ja, der steht jetzt einfach hier rum, ist natürlich gefangen. Das heißt, der ist uns relativ wurscht. Naja, nicht wirklich wurscht, wir können den auf jeden Fall töten, darum geht es. Aber kostet uns natürlich wieder einen Zug. Jetzt ist halt, ich habe eine Map ausgewählt, gedacht, ach, das wird ja schon angenehmer. Dann habe ich vergessen, Moment mal, Wasser ist ja die größte Katastrophe, die es gibt, weil er uns jetzt von allen Seiten konstant angreift. Oh, what? Wie hat er das noch geschafft? Mit dieser Armee das kaputt zu machen? Ich will mich doch veräppeln, jetzt hat er mir eigentlich noch die Kiste geklaut. Achso, das ist aber tatsächlich gar keine so kleine Armee. Okay, er ist einfach geflohen, das ist gut für uns. Ich dachte, da kämen wir jetzt vielleicht mal einen Kampf raus, aber nope. Dann gehen wir hier unten jetzt mal die Magier, hoffen wir, ob wir die einfach umhauen können, das wäre ganz gut. Ich will jetzt mit ihm eigentlich auch mal ein bisschen erkunden gehen. Einfach nur, damit wir ein bisschen mehr wissen, was geht hier eigentlich ab. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Die Mine von Schwefel mitnehmen, fände ich ganz gut. Ja, Jaunty ist natürlich auch noch mal die Sache, da kommen wir eigentlich auch jetzt hin. wenn wir ein bisschen Ressourcen sparen, sollte das passen. Grün läuft jetzt einfach ein bisschen rum. Achso, ja, da will uns jetzt die Stormbörster klauen. Das geht natürlich gar nicht. Da müssen wir einmal hier einen Helden holen und den einmal sagen, nope, hau bitte ab. Das sind unsere Stormbörster. Dankeschön. Sollte ich eigentlich auch noch mal mitnehmen, die Hobbits, aber die Hobbits schmelzen nachher eh, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, ihr könnt euch verpieseln, das ist überhaupt kein Problem. Da kann ich sehr gut mit leben. Jean Tri, wie gesagt, also wäre jetzt die Option, das mitzunehmen, den nächsten Dicken. Wir sind natürlich schon im zweiten Monat, das ist so peinlich. Also wenn ich mal überlege, wie ich das früher geschafft habe. Oh, ist das auch? Necropole? Oh, boah, krass. Brave John. Das ist natürlich krass, ne? 1 bis 4, Moment mal. Schütze, das hätte ich früher machen sollen, das hätte ich angreifen sollen. Ja, jetzt müssen wir mit ihm eigentlich zurück für ein Zauberbuch oder halt hier Zauberbuch bereitstellen, das ist halt unmöglich. Und dieser grüne ist jetzt weg. Gut, Schiff liegt wieder bei uns, auch sehr gut. Es scheint hier keine Schiffe nämlich produziert werden zu können, außer hier über diese Sachen, glaube ich. Ja, ne, können wir auch nicht. Es gibt keine Shipyards. Das heißt, die haben das schon so gemacht hier in der Map, dass wir nur eine begrenzte Zahl an Schiffe haben, was natürlich ganz cool ist. Da kann ich nochmal hier überlisken. Warum nicht? Anscheinend gibt es ja hier mehrere Schätze, wenn ich das richtig verstehe, weil ich diese Mechanik auch immer so eher sehr, sehr weit links liegen lasse. Das kann man aber ja immer hier in dieser Puzzle-Map reingucken. Oder sind das echt so viele, die man da finden muss? dann, Postmahlzeit. 12.000, das heißt, wir können jetzt diese Sache angehen, noch zwei, drei Runden und dann sollten wir das uns leisten können. Ging jetzt auch einen Zuschuss von Schwer für was Gutes. Och, das ist aber gemein jetzt. Was war das denn? Ich wollte nur in der Stadt klauen, das war jetzt nicht so schlimm. Ja, jetzt hat er den Zugang zu uns leider. Eigentlich ist grün unser erster Gegner, aber ja, er ist sogar, weil wenn er jetzt mit so einer größeren Armee rüberkommt, wobei die jetzt auch nichts Besonderes ist, ehrlich zu sein, aber müssten wir eigentlich erstmal grün auslöschen. Das wäre, glaube ich, sinnvoller. Das war jetzt echt gemein, dass er einfach rübergekommen ist. Nur weil ich seine Sachen klauen will, das finde ich halt echt ein bisschen doof. Eins kostet 250, was ist das denn für eine Zahl? Nee, geht ja nicht. Wir können aber die Edelsteine verkaufen, die brauchen wir bei der Kultur hier nicht so sehr. Können wir einen Genre-Trainer bauen, so, dann haben wir halt endlich alles durch. Ich weiß auch gar nicht, ob es so ausgesprochen wird, über Gantry kann auch sein. Ich sage es einfach mal in eine französische Art, weil ich ein ganz gebildeter Mensch bin. Ja, ich meine, das hier oben wäre natürlich ziemlich cool, aber es ist halt auch wieder eine Riesenreichweite und wir werden halt von unten auch noch bedroht. Wir können hier oben nicht viel machen, wir können halt da noch nichts machen, weil wir einfach keine Ressourcen haben, um das vorzubauen. Also jetzt, wenn wir das verlieren, wäre jetzt nicht so schlimm. Was wir machen müssen, wohl, wenn wir den Kampf suchen, wäre natürlich die Quartel holen oder die Quartel sogar upgraden, aber das ist halt so massiv teuer. Das ist echt nicht normal. Ja, sonst würden wir halt erstmal die Quartel hier holen, die wir uns leisten können und damit hoffentlich dann angenehm Angriffe fahren können. Alle Grüne, wie ihr seht, zack, holt sich die Goldmine und haut wieder ab. Das wird jetzt konstant so sein und das wollen wir natürlich nicht unbedingt zulassen. Das heißt, wir holen uns jetzt hier alle Stormbirds ab, werden hier alle Quartel beschwören oder kaufen. Da sind wir hier komplett blank, bringen die einmal nach oben und werden unsere Armee dann verbinden, sodass wir dann da hoffentlich ein bisschen Druck aufbauen können. Weil das ist nämlich nicht gut, wenn die uns so auf die Nerven gehen. Das kann uns der andere Held hier holen. Boah, die Laufgeschwindigkeit ist ja echt brutal. Alle 16 mitnehmen, können sie nicht upgraden, weil, wie gesagt, wieder kein Vor, ihr kennt das Spiel und werden hier einfach schön die ganzen mitgeben. Wir haben noch die Amadellon nicht upgradet, von daher können wir die auch noch rübergeben. Der Rest bleibt dann erstmal drin. Das heißt, du kannst dich dann wieder in dein Nestchen begeben oder andersherum, eher, wir lassen die Sachen hier drin und du kannst dich nachher hier auf die Map begeben. Das wäre am sinnvollsten. Geben wir jetzt unsere Armee hier rüber. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Platz haben. Ja gut, doch, wir können die Planetenpiraten, genau, die Piraten, mein Gott, aus dem 5 Stück bringen uns gar nichts und dann bewegen uns hier Richtung unserer Goldmühle, die uns natürlich ungerechtfertigt entrissen worden ist. Haben noch mehr nichts zu bauen, nirgendwo, ihr wisst noch immer, kein Vor. Ich muss mich selber immer daran erinnern, weil ich denke immer, habe ich irgendwas vergessen? Nee, ist leider da. Oh. Okay, das ist sehr gut. Blau hat den jetzt schon mal unter Druck gesetzt. Hat eine, ja, okay Armee eigentlich. Aber nichts, weil uns jetzt so großartig zum Schwitzen bringt mit der Armee, die wir haben, würde ich jetzt zumindest mal schätzen, weil das jetzt nicht eine absolute Wahrheit ist. Ihr müsst eigentlich noch mehr rüberbringen. Also eigentlich wäre es wichtig, da jetzt noch mehr Einheiten rüberzubringen. Schaffe ich das? Nee, schaffe ich das sowieso nicht. Ich kann ihn natürlich hier hinstellen, sodass wir hier, ja, das müsste passen, dass wir hier nochmal eine Kette bringen können. Aber wichtig ist, erstmal die Goldmühle nehmen, damit wir auch wirklich uns was leisten können. Grün scheint ja jetzt vernichtet zu sein, also das ist ja im Prinzip jetzt durch. Wir müssen dann nur gucken, dass Blau jetzt nicht die Städte erobert, sondern das Video erobert. Währenddessen wirkt uns dann die Brauern jetzt unten die Stadt wegnehmen, weil die beiden kämpfen. Ja, das heißt, wir beide müssen ja eigentlich auch kämpfen in der Logik. Problem ist halt, dieses Blut, warum wir noch ein Portal hier bauen, das macht mich echt fällig. So, ja, jetzt geht's ums, oder ans Eingemachte. Wir werden jetzt hier rüber gehen, haben eine recht gute Armee, ich hab noch was rüber gefarriert. Das sollte eigentlich reichen, um alles zu klatschen, was die haben. Guck euch diese Armee an, das ist schon ziemlich stark. Gerade wenn das alles ist, was die haben, klar, gibt's uns ein bisschen Damage, aber ganz ehrlich, sollte überhaupt keine Probleme für uns darstellen. Aber das werden wir wahrscheinlich dann erst in den nächsten nächsten Part machen. Wenn nicht, dann werdet ihr halt sehen, dass ich es zusammen geschweißt habe. Ansonsten sag ich schon mal danke fürs Zuschauen. Wir werden gucken, dass wir zwei Parts machen. Dann werde ich mehr schneiden. Ich denke, jetzt der Start ist vorbei. Ihr habt verstanden, worum es geht. Ihr habt meine vielen Fehler gesehen. Gerade die Veteranen werden aufschreien. Ist aber nicht schlimm. Wir wollen ja nicht Perfektion erreichen. Dafür müsste ich das Spiel noch viel häufiger spielen.